hallo freunde der virtuellen realität schönes eingeschaltet habt zum heutigen video und ja wer ist der titelbeschreibung oder dem something noch nicht entnehmen konnte es geht um ein community treffen was am 11 9 20 21 stattfinden wird und wir haben uns echt sehr sehr lange ja den kopf zermatert wie wo was wann wo und ja mit wir ist gemeint der patrick von die zockstube der hoshi 82 der chris reality und meine wenigkeit und ja wir haben uns gedacht wäre doch cool wenn man wirklich ein community treffen ins leben rufen kann und ja das haben wir jetzt versucht ins leben zu rufen und es soll auch keine beweihräucherung sein von irgendwelchen channels von uns sondern wir wollen einfach nur netten abend mit euch verbringen euch kennenlernen soll auch wirklich für die community sein das heißt miteinander an sich austauschen mal nicht über chat live streams oder sonst was kommunizieren sondern sich auch wirklich mal so kennenlernen was nett zusammen essen trinken ja netten abend verbringen und ja also das datum steht fest der ort steht fest die location steht fest das essen steht fest was fehlt ihr fehlt ihr fehlt definitiv und ihr könnt euch noch anmelden bis zum vierten siebten 20 21 also es ist nicht mehr lange es ist noch ja ein paar tage sind noch zeit also habt ihr noch wirklich zeit euch anzumelden es haben wirklich schon über 30 mann zugesagt wir haben glaube ich die location gebucht für 50 leute weil wir mit gar nicht so viel gerechnet haben aber cool dass schon wirklich so viele zugesagt haben und ich würde mich natürlich freuen wenn es noch mehr werden wenn wir wirklich die 50 voll kriegen sollten oder wenn es nur 40 werden ist auch okay ihr könnt euch beim patrick anmelden und der party hatten super video schon auf seinem kanal hochgeladen was ich jetzt im anschluss gleich an meinem video auch daran hänge dann lasse ich den patrick einfach mal reden ja um was es sich geht wo genau und ja wie die gegebenheiten sind mit dem mit der location mit den hotels die in der umgebung sind und so weiter und so fort und ja da steht dann auch oder er erklärt euch auch wie ihr euch anmelden könnt in der beschreibung steht auch alles drin wie ihr euch anmelden könnt und sollt und ja falls fragen sind einfach und nicht unter die kommentare oder meldet euch im discord bei den drei flatingos und ja da versuchen wir alles dann soweit zu klären also location ist erstmal der ort kassel also wir haben uns lange den kopf zermatert wo wir das machen sollen und haben uns überlegt ja es ist jetzt blöd wenn wir es wirklich vor irgendeinem youtuber vor der haustür machen es wäre schön wenn wir es zentral haben und das haben wir glaube ich auch geschafft mit dem ort kassel und der ist relativ zentral in deutschland natürlich nicht genau mittig aber schon zentraler ich habe eine lange fahrt der patrick hat eine lange fahrt chris hat eine lange fahrt der hoschi auch also wir müssen alle fahren wir müssen alle in kassel übernachten und ja aber nichtsdestotrotz um für so einen geilen abend nimmt man das gerne in kauf und ja ich freue mich da mega drauf ist ein richtig toller ich hoffe es wird ein richtig toller abend und ja es soll ein richtiges community treffen sein und wir sind echt gespannt darauf euch kennenzulernen ich meine ihr kennt uns alle schon von den ganzen videos aber wir wissen nicht wer uns da meistens zuschaut deshalb ist es super interessant für mich oder für uns euch dann auch mal kennenzulernen und ja da würden wir uns natürlich freuen wenn ihr da zahlreich erscheinen würdet und ja jeder kriegt dann auch so und hier netten kleinen zettel ja hello my name is on wer die serie nicht kennt sollte definitiv mal reinschauen und ja dass man auch da ein bisschen weiß mit wem man gerade spricht ist dann einfacher zum ja für die zuweisung der leute und ja so viele namen kann man sich ja gar nicht behalten und ja das war es eigentlich erstmal von meiner seite aus wie gesagt wenn fragen sind gerne unter die kommentare oder im discord schreiben und jetzt gebe ich ab an patrick der erklärt euch noch mal die einzelheiten und ja ich hoffe wir sehen uns dann in kassel bis dahin wir möchten gerne gemeinsam mit euch auf dem community event feiern am 11 9 2021 in kassel die feier wird in der karikatura bar direkt am hauptbahnhof stattfinden also es ist super erreichbar in der nähe sind direkt kostenpflichtige parkplätze ihr könnt mit der bahn anreisen es sind fußläufig in 100 metern entfernung aber auch vier hotels da wo ihr auch einen parkplatz bekommen könnt und dann einfach zur karikatura bar rüber laufen könnt es ist ein kleines buffet geplant damit wir auch was essen können wo auch definitiv was vegetarisches dabei sein wird in die karikatura bar können wir so ab 19 uhr deswegen würden wir gerne mit euch irgendwo vorglühen ab 16 uhr das heißt start der veranstaltung 16 uhr wo wir genau vorglühen würden wir dann nochmal in einem separaten video kurz vor der veranstaltung oder ein paar wochen vor der veranstaltung noch mal bekannt geben wahrscheinlich wird es einer der hotel bars dass wir da ein kaffee trinken können oder schon mal ein bierchen quatschen können ihr könnt in ruhe ankommen und dann gehen wir gesammelt zur karikatura bar der eintrittspreis für das community event liegt bei 20 euro in den 20 euro enthalten ist einmal das freie essen und ein paar getränke weil ihr aber schon den langen anreiseweg hattet und wir uns einfach mega freuen euch mal kennenzulernen haben wir uns als organisatoren dazu entschlossen zusammen zu schmeißen und ein gewisses polster zu bilden für das ihr erst mal frei trinken könnt in diesem polster enthalten sind beispielsweise antialkoholische getränke bier long drinks und wein so nichts nicht damit drin sind beispielsweise schnäpse und cocktails ja die müsstet ihr dann quasi direkt bezahlen und wenn das polster aufgebraucht ist dann muss jeder für sein getränk bezahlen so ist jetzt erstmal die feier an dem abend geplant im anschluss an die feier müssen wir irgendwo schlafen und da haben wir vier hotels rausgesucht die direkt in der nähe liegen das ist einmal das golden tulip das excelsior castle dann haben wir ein wintermotel in der nähe und das hotel tiffany in eines dieser hotels werde ich mich dann auch einbuchen und ja preislich ist es gestreut es fängt irgendwo ab 60 euro an und dann natürlich aufwärts offen je nachdem welches zimmer ihr nehmt aber es sind relativ preiswerte zimmer auch mit dabei die links zu den hotels habe ich euch in die video beschreibung gepackt die findet ihr aber auch auf dem discord server auf dem discord server werde ich einen separaten chat aufmachen wo ich alle informationen sammle bei diesen hotels könnt ihr auch einen parkplatz gegen aufpreis dazu buchen wo ihr dann mit eurem auto einfach reinfahren können stehen lassen könnt und dann lauft ihr zu fuß zur karikatur aber das eben der vorteil dass das alles sehr nah beisammen liegt bevor ihr das hotel bucht noch eine kurze sache wir haben uns überlegt dass es ja blöd ist wir feiern bis mitten in der nacht und dann am nächsten tag verlieren uns aus den augen und fahren einfach nach hause wir würden gerne dieses event gemeinsam ausklingen lassen und wie könnte man das besser machen als mit einem gemeinsamen frühstück beziehungsweise mit einem gemeinsamen brunch und da gibt es tatsächlich was in kassel wo wir auch alle hin könnten in kassel gibt es ein alex mit einem brunchbuffet das brunchbuffet gibt es für 13 euro 90 ohne getränke oder wenn ihr jetzt sagt so ihr habt irgendwie an dem tag noch einen unruhigen magen oder ihr wollt nicht so viel essen dann gibt es auch ein kleines französisches frühstück für 5 euro 60 inklusive eines heißgetränks zu dem alex könnten wir dann am 12 9 gemeinsam laufen an dem sonntag das sind so 700 meter oder zehn je minuten also auch sehr gut erreichbar zu fuß von unseren hotels aus den link zum alex packe ich euch auch in die video beschreibung dass ihr euch den schuppen mal angucken könnt organisiert wird das ganze von hoshi chris reality tupac via und mir das heißt wir haben auf jeden fall die möglichkeit wenn ihr euch anmeldet an dem abend zu quatschen ich kann mir auch gut vorstellen dass neben community mitgliedern auch noch der ein oder andere youtuber dabei sein wird den ihr dort kennenlernen könnt und dann kommen wir zum wichtigsten punkt wie könnt ihr euch anmelden und ich habe gerade schon gesagt der eintrittspreis liegt bei 20 euro diese 20 euro schickt ihr per paypal an patrick die zockstube.de wenn ihr geld via paypal schickt habt ihr die möglichkeit eine nachricht hinzuzufügen so und da brauchen wir jetzt noch ein paar informationen um das ganze vernünftig zu planen wenn ihr das geld schickt dann gebt bitte euren vollständigen namen in der nachricht ein zusätzlich bräuchten wir die stadt in der ihr wohnt beziehungsweise wo ihr herkommt wir bräuchten eine kontakt e mail adresse und im besten fall noch eure handynummer falls sich irgendwie was kurzfristig ändert dass man mal kurz telefonieren kann zusätzlich bräuchten wir eine information ob ihr am nächsten morgen am frühstück teilnehmen wollt damit wir ausreichend tische reservieren können und wir bräuchten noch eine information ob ihr interessiert an einer fahrgemeinschaft seid und ob ihr fahrer seid oder nicht aufgrund eurer herkunft statt würde ich dann wenn die anmeldung geschlossen ist mal gucken wer kommt ungefähr aus einer ecke und dann auf discord vorschlagen wer mit wem eine fahrgemeinschaft bilden kann wenn ihr aber kein paypal habt oder kein paypal nutzen wollt dann schreibt mir doch eine e mail an patrick die zockstube.de und dann klären wir alles weitere per e mail auch wenn die veranstaltung erst am 11 9 und noch ein bisschen was hin ist würde ich euch bitten euch kurzfristig anzumelden wenn ihr an der veranstaltung interessiert seid damit wir mit dem veranstalter weiter planen können und sehen wie groß die ganze veranstaltung wird wir haben auch nur begrenzte plätze also wenn die karikatur aber voll ist dann können wir leider keine anmeldung mehr annehmen also das vielleicht zwei gründe sich rechtzeitig anzumelden bitte meldet euch bis zum vierten siebten an das ist nicht mehr ganz so lang das sind noch ein paar tage wie gesagt es geht da in erster linie um die planung damit wir dann auch gucken können wie groß das buffet sein muss wie die kapazität bei der karikatur aber ausgelastet sein wird es geht darum am nächsten tag tische fürs frühstück zu buchen ja das können wir alles nicht wenn man nicht ungefähr abschätzen können wie viele leute sich dafür interessieren deswegen anmeldung bitte so schnell wie möglich wenn euch das zu schnell gegangen ist ist das überhaupt kein problem schaut mal in die video beschreibung da habe ich die ganzen infos noch mal ergänzt wie ich auch gerade schon mal gesagt habe auch auf dem discord der zockstube wird es einen separaten chat nur fürs community event geben wenn ihr also da auf dem neuesten stand bleiben wollt solltet ihr da auf jeden fall reinschauen da findet ihr auch die ganzen links bilder habe ich euch dazu gefügt und da werdet ihr natürlich auch vor dem community event noch die möglichkeit haben uns fragen zu stellen beispielsweise wie geht es jetzt weiter sobald wir eine verlässliche anzahl an anmeldungen haben werden wir uns mit dem veranstalter wieder in kontakt setzen und die größe der veranstaltung planen wie viel buffet brauchen wir wie viele kellner brauchen wir damit wir dann da an dem abend auch eben gut bewirtet werden das können wir zum jetzigen zeitpunkt noch nicht planen und dann noch mal zu den fahrgemeinschaften euer angegebener wohnort per paypal den werde ich dafür nehmen wenn ihr bei den fahrgemeinschaften gesagt habt dass ihr dafür offen seid daraufhin werde ich eine liste auf discord zusammenstellen wo steht wer so ungefähr aus einer ecke kommt damit ihr euch zusammenschließen könnt und bei der anreise einfach kosten sparen können aber keine sorge wenn ihr keine lust auf eine fahrgemeinschaft habt dann gibt bei paypal einfach nein an bei den fahrgemeinschaften und ich werde euch da gar nicht berücksichtigen abschließend muss ich sagen ich freue mich wirklich euch kennenzulernen das ganze organisationsteam wir sind richtig gehypt auf die veranstaltung ja und freuen uns da einfach mal einen schönen abend mit euch zu verbringen was jetzt für uns aber extrem wichtig ist ist euer feedback eure anmeldung damit wir weiter in der planung vorankommen und natürlich könnt ihr auch in die kommentare schreiben wie ihr so ein event findet ihr könnt fragen stellen in den kommentaren und ich werde auf jeden fall darauf eingehen und wenn euch bezüglich dieser veranstaltung irgendwas noch nicht klar ist dann ja wie gesagt schreibt in die kommentare und wir kriegen das geklärt ich würde euch auf jeden fall auch mal empfehlen bei den befreundeten kanälen vorbeizuschauen die das ganze mit organisieren die links findet ihr auch in der video beschreibung ja und jetzt bin ich gespannt von euch zu hören und zu schauen wie denn so das interesse ist wie viele anmeldungen zustande kommen damit wir eben weitermachen können leute ich wünsche euch noch einen schönen tag vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis zum nächsten video der zockstube